So Leute, was geht? Willkommen zum neuen Video und zwar heute mal wieder ein Trio Cash Cup. Diesmal habe ich hier zusammen mit Harmi und Sensi gespielt, deren dritter Mate, also RipX, konnte dann an dem Tag nicht spielen. Deswegen bin ich für den Cup einfach mal spontan da eingesprungen und habe dann mitgespielt. Also bevor es jetzt irgendwie Leute in den Kommentaren oder so schreiben, wir sind also kein festes Trio. Und ich muss tatsächlich auch sagen, ich glaube das war der schlechteste Start in dem Cup, den ich glaube ich jemals hatte. Also nach einer Stunde haben wir vier Games gespielt und hatten sechs Punkte. Und wie die Runden danach dann noch weitergingen und was wir für einen Platz ganz am Ende noch gemacht haben, seht ihr natürlich auch noch im Video drin. Ansonsten würde ich natürlich sagen, wie immer, wenn euch die Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Und genauso auch Dankeschön an jeden Einzelnen, der meinen Support Creator Code benutzt. Auch sehr, sehr nice, danke für den Support. Und dann können wir jetzt eigentlich auch schon direkt anfangen mit dem Video, also viel Spaß. Wir haben uns gehört auch, das sind zwei Stücke da. Einer minus 80. Hier oben direkt. Hier ist die Beute. Ich habe einen Rappen. Das ist in seiner Box, 100. Ihr habt ihr habt ihr. Noch einer rechts. Der letzte. Oh mein Gott, hier in Finch ist so unfair. Komm. Wo ist man nach hinten hinten? W-Dum, dich nicht. Ich bin einer P. Am ja? Oh mein Gott, was? Hey, über mich ist auch noch einer. Auf, was? Am einen noch? Nein. Das ist gar nicht was. Hey, warte mal. Hey. Ich kann nichts machen. Der ist hier unten. Ich werfe Gaskin, glaube ich, rein. Der ist hier unten. Oh, das ist aber, glaube ich nicht. Noch einer, zwei noch. Nice. Gibt's gut. Bin drin? Doch nicht. Beim Taxi-Sign. Der kommt, der kommt zu tot. Oh, ich brenne komplett. Shit, 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 shit. Ich bin, ich brenne komplett. Ich kann ihn gar nicht retten. Ich kriege die Karte, aber ich sterbe dann instant. Alle drei hier. Null Mets, null Mets. Ey, ich sehe die nicht. Aber der hat eine, ah ja, direkt neben mir. Oh, warte. Ah, ist ne Dragonshot dran. Ich weiß, wie man so gutes Aim haben kann, wie er. Ich bin tot. Mein Gott. Zwei Reichen mit Pumps on me. Der Bot. Ah, das war's. Wir können jetzt bis 19 Uhr oder so Pause machen. Die Epic-Chats sind weg. Alle ist weg. Schönen Robin. Weiß Spine. Die machen gleich ein Fail wahrscheinlich, oder? Ein Schick-Fact. Ich bin pwned. White, got right. Und dead. Nein, ich bin pwned. Es hat erstmal was. Alles raus. Ich bin hinter die Stamte. Alles klar. Ich hab einen, ich hab einen. Einer dead, ja. Ich bin 1 HP. Ja, ich werde jetzt sterben gegen dem. Pull ihn einfach, der ist nicht mehr bei Vox. Weiß. Dead. Ist das schlecht. Ich hab noch 12 damage. Oh mein Gott. Man, der denkt auch, er ist schlau, dass er mich jetzt hier double keyed, oder? Peak-Fact. Ich bin tot. Ich hab halt gar nichts. Nein, nein, nein. Das ist nicht mehr. Digga, du bist... Oh mein Gott. Na, das ist einfach nichts, weil beide Fights, die wir genommen haben, einfach nicht nehmen. Die waren nicht schlau. Das weiß ich euch, wie es ist. Ja, einer landet mit. Okay. Ey, wo kommt der her? Voll. Oh mein Gott. Ja, er ist dead. Ich musste den halt blocken. Ja, das ist gut, alles gut. Hier, 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 hier. Das auch oben. Wir sind doch safe schlecht, oder? Oh Gott. Digga. Slack, so krank. Ein Down. Einmal, 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 einmal. Ich bin bei mir da drauf. Shake-Fact. Full Shake-Fact. 40 White. Das ist ein, das ist ein. Unden sitzt du gerade. Nice. Oh mein Gott. Unten, unten noch einer. Warte. Der ist auch dead. Äh. Leute, das ist oben. Einer ist 1 AP, er noch? Nice. Chill, chill, chill. Ja, ich spiel auf Zeit. Ich spiel auf Zeit. Ja. Oh, der hat meine Wall. Bin da. Pass auf, die beiden. Mach auf, mach auf. Mach einfach, mach du, mach du. Ja. Crack. 100. Ich bin dead. Ein AP. 30. 19. Rest ist jetzt schön. In die Mitte, in die Mitte. Die hat der Welt da gehitten. Ein AP. Nice. Crack. Zwei Leute sind cracked. Holt ihr einfach. Er wird gesprayt. Mein Gott, ich hab nur Benzin-Kanister auf. Mach genau. schlecht ganz weit der ist überfordert ich bin bei ihm ich halte die wand das rein da ich bin in seiner box in meiner box 160 da laufen vier leute gerade das sind das sind dreier hinter diesen solo und die gucken auf mich anstatt auf den solos ist dumm 80 da laufen vier leute ich habe zwei getötet sind sie ein und robin ein korrekt ich bin auch vor die wären zu sechs gewesen ok übertreibt das ist noch unterspringen von oben einfach von unten rein jetzt in meiner box in meiner box ich bin hinter ihm auf heute einer von denen ist erwartet der weiß ist kinder grau ist relativ voll die gehen auf halt immer höher immer höher ich kann ich habe keine jetzt wird der baut nur hoch sonst macht er nichts ich habe soll das wenig gespielt werden hier noch einer ich denke auch 33 oder so 32 glaube ich 2 gegen 1 hat die herren wo ihr kisten sind ich habe nur merke ich habe nur ein bogen 85 85 ich habe nämlich über uns das fährt ein wenig gekocht ich guck auf seine mails ist wichtig dass seine mails machen gar nichts das sind die größten die man sich je gesehen habe drei oder wenn ich nicht veränder bin vielleicht auch diesen zu dritt ich habe zwei hat einer mess und es soll was oh mein gott ich habe kassiert ich gehe ganz ich muss ganz kurz dinge zu holen kohl essen ich habe ihn nicht dann komme ich Du bist so gut, Robin. Ich schwöre dir. Wir gucken halt auf uns. Wir brauchen für über die. Ich glaube, ich brauche echt über die. Aber die rechts sind dann... Komm mal mit. Ich rampe die, geh drüber. Okay, einfach hoch. Ja. Wir müssen aufpassen, dass sie jetzt kein Play machen wollen. Vielleicht ist es nicht einfach auf einmal hochrampen. Vor allem, wenn wir so ein Kriegen, werden wir wahrscheinlich irgendwas probieren. Bitte, 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 bitte. Oh mein Gott, Digga. Sind wir connected eigentlich? Also nur an den, oder? Eigentlich gut. Wir sind in dem ganzen Haus, oder? Aber jetzt. Krassig. Links. Minus 120. Nice. Ja, ich schieße die. Ihr bleibt hier auf Heisenblatt. Und lasst euch nicht Heldschiff wohnen. Die ganze Zeit. Ja, ihr müsst auf die mal aufpassen. Die wollen die ganze Zeit auf Heisenblatt. Ja, sie sind runtergelockt, glaube ich. Ich glaube schon. Ja, das ist der Metal-Tag, das ist der Metal-Tag. Ich sehe niemanden, bitte. Haben wir noch gute Metz? Ja, ich habe nur noch... Ich habe zwei Klick hier. Ja, du musst... Ja, ich gib dir, ich gib dir. Komm. Ich geh nicht back, ich geh nicht back. Komm und greif dich. Connect, connect mich mal doch. Ja, ja. Wir werden gespeakten, wir werden gespeakten. Ich habe double connect, ich habe double connect. Wir können nicht gespeakten. Soll ich jetzt schon Gascan machen oder was? Ich nicht warte, ich warte. Ich warte, ich warte. Gascan, Gascan hier. Es fliegt über uns, Jungs. Hami, über die, über die Hami. Das kann nicht sein. Ich habe doch keinen. Ja, die haben wir Chilli. Ich muss droppen, Hami. Ich habe nur noch Rot. Wer ist das? Ich bin tot. Zwei Leute haben wir holen. Ich muss droppen. Egal. Der pops nicht medkid. Wollen wir den holen? Der Spear war rein. Schreit auf den, schreit auf den, schreit auf den. Ich bin auch drin. Er ist draußen. Knock. Knock. Komm mit, komm mit. Wir müssen einfach, wir müssen einfach so kurz tappen. Wir gehen einfach rein. Ich mache mit Rot. Ich hoffe, wir werden das nicht die W geht. Mach oben, komm. Pass auf. Ich bin oben dran, ich bin oben dran. Ich muss passieren. Pack ich sich da durch. Komm hier mit. Ich gehe noch eins hoch. Ah ne, wir sind hier second time. Lass runter, lass unter die gehen, komm. Lass halt vorunter die gehen. Lass auch um. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gleich knapp. Ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot. Ich hab nichts gebraut. Ich hab nichts gebraut. Fohrele, den Zeit, den Zeit, den Zeit. Geh runter, gehen runter. Ich halte, ich halte. Keine Mets war. Ich hab null Mets. Geh in der Hälfte. Wir müssen die a-spray jetzt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob wir da rein wollen. Lass uns gucken gegen Zone. Lass uns gleich in die Sonne. So, geht weiter. Nach links, nach links. Keine Mets, egal. Wir können da nichts machen. Wir müssen schnell raus. Weg kriegen wir noch zwei Games. Ein Team rampt uns, glaube ich. Weiß nicht, was die von uns wollen. Hä? Die stink ich mir noch. Sind sie dumm? Weiß auf einen? Die sind ja so dumm. Lass raus, Robin. Ja, minus 30. Ich bin tot. Lass raus, Sensi. Komm mit. Wir können weglaufen. Können wir das? Die dippen auch. Die dippen auch. Ich werd von oben gelasert. Ich hab einen von den Chi cracked. Ja, Bro. Ich sterb durch den Storm, wenns weitergeht. Ich auch. Kann ja sein, dass wir jetzt fighten müssen. Warte mal. Warte mal. Nein, nein, nein. Ich dachte, du bist rausgegangen. Ich hab die gesplayt. Die waren in den Fall. Das sind dieselben. Halt ihn. Halt ihn. Halt ihn vor, Boxen. 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 Ja, oben in deren Boxen. Wir müssen halt jetzt notieren. Ich hab nur 200 Metz. Ja, wir müssen, klar. Wir haben 200 und 300 Metz. Kriegen wir den AirDop? Ne, nur? Okay. Neunster Verein. Ich geh wieder runter. Oh, euer. 100. Nice. Ich hab 40, Affe. Wir müssen gehen einfach. Das bringt nichts. Die gucken auf uns jetzt. 40, 80. Der, 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 der. Oh mein Gott. Ihr müsst da hin. Ja. 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 Ja, die hat reinge nach ganz hinten durch, ne? Warte. Nein, nein, nein. Da ist noch einer. Ja, ja. Lass den weglaufen. Ja, ja. Lass den weglaufen. Ja, ja. Wir müssen, ich brauch das Metz. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Ja, wir müssen hier runter. Ja, hier ist gut, hier ist gut. Vielleicht können wir irgendwem rücken pumpen. Hier. Oh, ja, ja, ja. Die Camoto mit der Eier. Drei. Drei. Zwei. Eins. Eins. Geh rein, geh rein. Ich muss beim Aerial on. Mach schnell, mach schnell, mach schnell. Ich hab noch einen Reisen. Ich hab noch einen Reisen. Hier rechts, hier rechts. Pass auf. Wir müssen einfach hier. Manche drei, oder? Ja. Hier. Drei Leute in der Box. Das war einer von ihm. Ne, das war ein anderes Team. Nein. Komm ich da runter? Oh Gott. Endes. Das ist der Schiefer. Das ist ein Kill. Hä? Ist der tot? Nein. Nein, nein, nein. Das war der, der neben dem Notcut ist. Top 10, Top 10. Nice. Schön. Das- islap gamm. Ich lab Gott den Zone glaub ich. Vielleicht hab ich Glück. Locken. NICE. Wenn ich dich kann. Ja die ich habe die treppe gehalten ich glaube es ist nur weil ich die wand hinten gebaut habe das hätte nämlich schlecht gehört die gegner die uns halt gewhit haben die uns jetzt so gescafft werden die so gut ausspielen können überlebenskünstler oder was der sieht uns doch ich bleibe hinten ich hab noch getötet unbedingt rechts vom fluss das ist ein team wir gehen hinterher vielleicht können wir einen wir müssen wir müssen ja hier durch die durch das einfach über die laufen wir müssen einen hoch so viele leute in der kohen sein das sind unsere leben noch nur seiten mit ich habe sechs bild sechs bilden links 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 ich bin da ich habe nur mit 100 nichts denn die nicht Zurück, sie geht den Berg hoch, du musst vielleicht flopperspielen. Ist der pinke Marker, der Lilo. Komplett nur, man muss alles machen. Hier können wir, warte. Oh, wir müssen hoch, wir müssen hoch. Nein, ich bin dead, sorry. Finish instant. Da müsste ein Flopper und so liegen. Nee, nee, nicht mehr, oder? Ja, doch, da lagen die noch. Ja, stimmt. Stell dir noch vor, wir hätten die eine Runde, wo wir auf Heid waren, hätten wir gewonnen. Dann wäre das Money wahrscheinlich. Ja. Ja. Dann hätten wir höchstwahrscheinlich auch kein Ding in zwei gefunden. Keine Runde. Ja, kann sein, keine Ahnung. Weil wir auf Lowpoint schon irgendwie noch 30 hatten. Das kannst du ja vorher nicht wissen, so was ich meine. Genau 5 hundertster bei mir. Ja, ich auch. Ja, der Anfang war halt so unfassbar schlecht. Ja, der Anfang hat mir auch enorm gekriggert. Und die beiden 12er-Runden waren auch so, naja. Egal. Weil ich sag's, bis es euch wieder ist, dann ändert nochmal Spaß. Macht immerhin. Da ist euch auf das Kost. Bis zum nächsten Mal. Da, ich gehe mit dir. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017